Präsentiert von opensourcepodcast.de, Ihr ProfiCast für freie Software. Tastaturkürzel sparen Zeit. Neben der klassischen Verwendung von Tab- und Return-Taste lernen Sie die Contao-spezifischen Tastaturkürzel kennen und erfahren, wie Sie den Firefox-Browser dazu bringen, diese Kürzel auch tatsächlich zu unterstützen. Im Contao-Backend kann man mit Tastaturkürzeln arbeiten, was Zeit spart. Klicken Sie bitte einmal auf Mitglieder und dort auf ein x-bliebiges Mitglied. Wie das üblicherweise in Formularen funktioniert, können Sie von einem Eingabefeld, ich bin jetzt mal bei Vorname reingegangen, mit der Tabulator-Taste zum nächsten Eingabefeld springen. Das kann übrigens bei Mac nur für die Eingabefelder funktionieren, das heißt, das würde funktionieren, aber dieses Geschlecht hier als Dropdown-Menü würde nicht angesteuert werden. Drücken Sie in dem Fall mal Ctrl-F7 oder stellen Sie in den Systemeinstellungen unter Tastaturkürzbefehle die Option Alle Steuerungen auswählen ein, dann sollte das dauerhaft funktionieren. Eine weitere Möglichkeit ist das direkte Abspeichern des Datensatzes aus einem Eingabefeld heraus. Ich gebe mal hier eine Postleitzahl ein und drücke jetzt die Return-Taste. Dann wird der Datensatz automatisch gespeichert und ich verbleibe genau an der Stelle, wo ich bin. Darüber hinaus gibt es auch Contao-spezifische Tastaturkürzel, die Sie auf der Startseite finden. Dann Backend-Tastaturkürzel, mit denen Sie die hier beschriebenen Funktionen direkt per Tastatur aufrufen können. Nun kann das im Firefox nicht funktionieren, beziehungsweise Sie stellen fest, dass das Ganze nur funktioniert, wenn Sie dabei auch noch die Shift, also die Hochstelltaste gedrückt halten. Sollte Ihnen das zu umständlich sein, können Sie das im Firefox auch relativ schnell umswitchen. Ich mache hier mal einen neuen Tabulator auf und gebe ein about.config. Werde noch aufgefordert, vorsichtig zu sein. Ja, verspreche ich. Und ich suche hier nach UI für User Interface. Hier tausche ich jetzt die beiden Einstellungen für Key Chrome Access und Key Content Access aus. Das heißt, aus der 4 eine 5, aus der 5 eine 4. Doppelklick, 5. Doppelklick, 4. Wenn ich nun diese Seite verlasse, ich brauche da nichts weiter mehr abzuspeichern, dann sollten jetzt die Tastaturkürzel im Firefox auch ohne gedrückter Shift-Taste funktionieren. Doppelklick, 5.